Warum hast du denn jetzt bekommen? Du hast Sack nehmen sollen, Junge. Scheißegal. Nee, mach Turn aus. Sack oder Sack? Sack. 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 Dann hätten wir ja zweimal AP. Heißt auch zweimal... Alter, wir... Sack macht nicht mehr wirklich AP. Du hast ja das hängt. Wenn ich das spiele schon. Doch! Ja, Uhtier. Geil. Ja, krass. Twisted Fate. Was? Twisted Fate? Ja, ich hab 4 AP. Geil. Ey, das skaliert jetzt. Ja, GG. Oh, ey. Ich mach irgendwann mal AP-Bukong. Mach's eh los. Ey, ich bitte dich einfach nur mitte zu bohren, dass wir sehen, wo der hinfliegt. Sonst machen die wirklich einen Vierer-Gang-Bottom und Hooken zweimal oder so. Sind wir hundertprozentig tot. Ja, aber mit euren 4 AP, ey. Ja. Ich wurd... Im letzten Spiel geförsplattet, übrigens. Hier. Machen den beiden Trials. Er hat keiner gecovert und dann musste ich selber machen und dann wurde ich... Erledigt. Und dann... Äh... Sind die nach oben gerannt und haben den Top-Laner gekillt. Hä? Das macht doch gar keinen Sinn. Hä, wieso? Die haben mich gekillt, haben den Blue geklaut und dann sind die zu 5 hochgerannt. Das ergibt keinen Sinn, anstatt Bot-Lane zu machen. Nein, die laufen ganz hoch, oder was? Unter Mitte. Ne, Bot-Bot-Lane war auch angeschlagen. Die wollten mich retten. Die waren Horten. Da sind die nur zu 5 rumgelaufen. Also, Jungle mit viel Support. Ja, obwohl das kein Pre-Mate war. Komplett 5 alleine. Die sind krass, ey. Da waren wir schon noch alle im TS im gleichen Channel. Und dann ging's los. Wow! Konzentriert euch bitte, danke. Ich bin immer konzentriert. Nein, bis zu nicht. So. Hast du cool zuerst geskillt, oder wieso? Weil ich keine Heals bekommen. Ich skil... Was? Cool. Ich seh gar nicht auf die Arme. Mich als Gesona. Ohne Witz. Richtig flexibel ist der. Hähemann sein Kuh. Michael macht Support right fertig. Oh, Tiger-Stans. Tiger-Stans. Oh. Nicht mal getroffen. Oh. Ja. Da ging der Passiv voll auf. Fuck. Kommt der Jungler schon oben? Ja. Ich bin schon. Kann hier einfach stoppen. Dann laufen die Hände vorbei. Warte, wie viel Damage die Katelyn bekommt. Was? Von Minions, oder was? Nein, von meinem Kuh. Ihr habt zwei Kuhs bisher nur getroffen. Achso. Schau mal, wie viel Leben sie schon verloren hat. Oh, du hast den Skin hier. Hat der denn Trybush geworden? Kann doch gar nicht. Nein, hat er nicht. Drauf! Drauf! Oh mein Gott! Drauf! Oh mein Gott! Oh, ein Hit. Und noch ein Hit. Oh, und noch ein Hit. Oh, und noch ein Hit. Scheiße. Scheiße! Egal, okay. Mein Ghost dafür verballert. Ich hab's gesehen. War gut. Oh, Mike. Nicht gut. Dafür kann ich den gleich killen, glaube ich. Wenn er wieder rauskommt. Ich hab jetzt Angst. Warte jetzt auf Leijang. Okay, ich weiß, dass du mich hochhielst. Deswegen bleib ich einfach mal hier. Komm mal helfen, Malta. Komm mal helfen! Jetzt! Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Malta! Renn unseren Wald hoch! Oh! Leute, brauchst du nicht mehr. Krieg den. Ja, kill ihn. Oh mein Gott. Ich hätte kurz warten können, bis ich einen Assist krieg. Ach so. Ich dachte, okay. Aber okay, kill ist kill. Wenn er durchdritt, bist du tot. Wer ist da? Nautilus. Oben? Oder unten? Unten. Oh. What the fuck? Du wirst, das Feld spielt passiv oder was? Ja, der hat aber nur viel zu in den Armoren. Fähig. 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 Der lässt ja gar nicht pushen. Also. Siehts düster aus. Will mal porten. Auf Mana. Den schaffst du aber auch allein, oder? Ja, wenn Neutilus nicht kommt, muss ich gleich nur ein Ward kaufen. Ah, top hat gewordet. Ich kann dir eine spendieren. Aber nur eine. Ja, ich glaub mal, ich muss B, oder? Ja, die werden pushen und du verlierst, wenn es eine Wraith. Ja. Man kriegt so Nadi. Ist doch gut. Oder der Udi, der rennt schon im Bierstands an. Er riecht schon die Wave. Oh. Oh, meins. Aber hat sich doch nicht bis zum Tor geschafft? Ne. Oh Gott. Was denn jetzt los? Oh, mich hat er tot. Flash! Flash! Oh mein. Ja, mich hat schon fähig. Nautilus ist nicht unten, nein. Ja, mich hat schon fähig. Ich hab dich in die Falle geschleudert. Ich hab dich in die Falle geschleudert. Beim 6steamplay. Naja. Fuck this, shit. Wie viel hatten die Caitlyn jetzt schon? 29, die ist für Scheiße. Ich bin bei 40, ne 30. Scheiße! Du hast einen Kill Ach die auch Ja dann bist du scheiße Ja du bist scheiße Boah so lächerlich alter Soll Ups Joil Ich habe keine Ahnung Der Thresh ist ein bisschen behindert oder so Der hockt einfach die ganze Zeit unterbrochen Ey kein Manda mehr, wir könnten die eigentlich fertig machen Der 11 ist der 6 ne Ich komm nach oben Ach du verlierst oder was Ich war noch nicht zurück ne Ach so Ja solltest du vielleicht, vielleicht Flash Wenn du nicht weg gehst Wenn du nicht weg gehst Flash mit Tiger und du bist vielleicht tot Der F ist noch weg ne Und drauf Ich hab ihn in 5 Sekunden ulti, äh ignited meinte ich Keine gute Idee ey Er ist ja gewordert ne, nicht vergessen Wo? Der F ist hier Keine Ahnung, hab ich nicht gesehen So ja, dann gib lieber Porten So ja, dann gib lieber Porten Okay, muss ja nur warten Oh nein Oh nein Er hat benutzt Ulti Er geht runter, er geht runter Mit Nautilus Ja 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 Ich wusste es ey Ja, was sollen die sonst machen? Auf den anderen Lanes gab's nix zu holen Machen die Dragon oder kommen die zu mir? Mata Ne, nicht down, aber trotzdem Ich glaub nicht, dass sie den machen, oder? Ja, die sind alle hingegangen Vier Mann, ne? Ja, tatsächlich Kannst du irgendwie warten, dass ich Ulti schießen kann oder so? Ich seh nämlich nix sonst Ich weiß nicht, ob ich die töten kann unter Ulti Mit Ruf Druuf Hör's doch Mach mal Aufmen, unsere Meister Hör's doch unser Meister Wolln wir den jetzt machen? Nau Äh, ja Nautilus geht B und und Tarsch soll dann hier auch B U dir fehlt Hätt er mich doch ge-grabt U dir ist wieder auf So, hau ihn an Obwohl Oh, da ist ja noch eine Push mit, dann lass Tf geht da hin Jo Ja, dann kommt her jetzt Wenn ihr einen gekillt habt, dann läuft's doch Dann machen wir den jetzt Tf ist Mitte Erwookung hält den eine Weile auf Dann haben wir den Ist er blue oder ist er weg? Ah, ist er weg Oh, dann Tf kommt zu euch Tag, so viele Minions Ich verliere sie alle Oh, hast du das gesehen? Da ist gewordet Das ist das Skillshot, Alter Und da ist gewordet Ja, Tf hat da gewordet und Udi hat da gewordet Udi kommt in die Mitte, ey Komm Bist du nicht Udi? Ja, die haben auch einen Ich bin stärker Du Mist geword Ich bin B Ich bin stärker Oh, Mann Muss ich jetzt aber so hingehen Ich bin ruhig weg Werf mich vor den Hook Weiß nicht, warte mal, reicht das? Ja, ja Ja Oh, Mann, oh, Mann Oh, Mann, oh, Mann Nein, oder? Ah, wie viel 30 Gold Der hat gleich Ulti, ne Also ihr müsst wieder auf Kasten Egal, wenn ihr am Tor sind, ich schieße Ulti Diese 30 Gold sind mir jetzt wichtig Wer ist hier wichtig? Wer ist gewordet? Wer ist gewordet? Wer ist gewordet? Wer ist gewordet? Dein Ulti Wie ist denn da hin gekommen? Während die Minions im Tor standen Ist keiner drüber gewordet Ja, nice Sowas hab ich auch noch nicht mitbekommen Ah, nein, nein Bitte nicht Wo ist Tower Defense? Wo ist unser Jungle? Ich bin doch da, Mann Das reicht uns nicht Ist so Tower Defense Funktioniert nicht, wenn man die Tower fallen lässt Komm, mach Party Wir haben das gesehen Ich bin noch an der Wand entlang gelaufen Okay Dann reicht das nicht Ja doch Ey, krass, Alter Ruf Was ist denn noch in der Mitte, ey Leck mich Ey, die gehen runter, ne Tef hat Ulti, guck Tef Hat der? Ja Nautilus hat aber kein Ulti mehr Nautilus hat aber kein Ulti mehr Damn, fuck Oh, fuck Der geht zu einem Blue-Buff, ne Nicht genug Gold Der Blue-Buff ist gar nicht da, oder? Nö, der eigentlich Das dauert noch Ey, die wären Tor-Delven, hundertprozentig, oder? Nautilus hat aber kein Ulti mehr, ne Ja, jetzt diben sie nicht mehr Ja, jetzt diben sie nicht mehr Ja, für zu sagen, Co-net Ulti Ja, für zu sagen, Co-net Ulti Ja, wir haben zwei Worte gekauft Ja, aber Ja, das ist die Minions, die fallen nicht aus das lösen, ne? Er fehlt wieder, jetzt muss ich schon wieder aufpassen hier Ich komm nach oben Die helfe ist weg? Wo bist du, wo bist du? Da bist du, ja, komm 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 Pass mal hier die Lane freesn Ey, pass auf, die helfe ist weg Ah, er ist beim Raze Wie geht B? Oh leil Gib ihm Okay Geht drauf Ey, mein Mann hat noch gereicht für Bited Kills, ey, geckert Junge, Junge Ah, nein, oder? Ist er zu mir? Ne Da unten? So Ja, der, ist unten Dann Backkriever, direkt Auf Haupttower wird auch gehauen Auf wieder Ja, das war's wert War's das? Wir haben Tower bekommen Wir haben Tower bekommen Wir haben Tower bekommen Und Toplane Ist auch gestorben Also, bitte versuchen Hier direkt zu warnen Oder so, zu landen Dass wir dann sehen, wenn er kommt Wollt ihr doch einfach den Dragon Er läuft ja da Dann ist oben Hier schon, hier schon oder hier schon Benutzt er der Meinung Ja, er geht immer von einem Raze Also, er braucht Schulan fünf Worts Okay Nein, er braucht einfach nur hier In diesem Busch Ja, ist mir schon klar Cool bleiben Ja, ich kann's ja machen Weil der TF fiedet sich sonst hoch halt, ne? Und dann haben wir nachher noch mehr Probleme Ja, er farmt sich an euch hoch Weil du schlecht bist Ja eben Einfach keine Kills nehmen Wieso blockst du nicht einfach seine Ulti? Ja, ach Einfach keine Kills nehmen, Maiken Dann bist du auch nichts mehr wert Dann kann ich auch kill mehr in der Welt Genau Und dann einfach hier bei Hör auf dich selber hochzufieden Ja, einfach hochfahren Hier ist TF Achso, durch Minions hochfahren Ey, hier, hier drin ist gewordet Der hat grad da nur Watten Hast du den Blu schon wieder ohne mich gemacht? Ah, ich hab den Blu doch, lol Ey, der hat 95, ja, der genauso wie ich My Kills Ah, diese Udi, ey Guck mal, Junge Ja, Tableten regelt Der Udi ist ja auch schlecht, ey Ja, weil der ist Tanki Wow, und Nautilus hat seinen Huck Wow Das ist peinlich Ey, Bitches Werf ich's Mitte noch? Ey, der ist aber auch dumm wie ein Stück Scheiße Ey, ey, ey Wollte mich Tower Diven Hopp, Junge Pass auf Oh, er hat mich gehuckt Am Tower Und nicht Drehmilch einfach Das ist der Komma doch nicht Sag die alle nach oben Den killst du sogar noch, ey Faggot Loll, ey Das war ja mal ein schöner Gang Weißt du, wann die Catelyn gerade, ey? Weißt du, wann die Catelyn gerade, ey? Hm Ich hab mir auch so gedacht What the fuck Tukongs Ulti ist einfach über krass, ey Geht 3 bis 4 Geht so Im Late Game ist das einfach Wo war Nautilus denn zuletzt? Der Elf ist weg Der könnte runter gehen, ey Ey, 3 Qs ist doch ganz normal 1000 Schaden Ah, der ist mit dem Race Ja, der kommt doch wahrscheinlich runter oder so Der mit Sheen und so Irgendwann, wenn Catelyn kommt Wollen wir den Diven? Weiß ich nicht Die kommen Warte doch Lass mich jetzt mit den Minions nach vorne Jetzt, jetzt oder jetzt? Also Der Elf ist weg, ey Jetzt Er geht hoch, er geht hoch Oha, nice, nice, nice Hilfe Auf den TF Ja, er ist gut, oder? Oh, nice, nice NOOOOO Er killt die ja wohl noch Nice Nice Worth it 3 gegen 1 ist Mehr als Worth it Ich hab 4 D-Lexen, man Ja Ja Wir machen Wird hier wieder angeschlossen Waaaah Hulten Tower Jetzt weiß ich nicht, wann die es schaffen Dass die Ulti schießen kann Ey, machen die den grad? Ja, ja Schieß jetzt! Jetzt! Wo sind die denn? Wo? Spring, 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 spring Tütsi, 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 Tütsi Tütsi, Tütsi Hab ich, hab ich Geht So, ja Ich würd auch sagen, Worth it Ich würd auch sagen, Worth it Ich würd auch sagen, Worth it Egal! Zwei Kills Die sind Level 10 Gehen Push the lane Push the lane Nix Ich würd farmen Ja, ich schon Wir müssen den Tower kriegen jetzt, irgendwann Ja, wir müssen den Tower kriegen jetzt, irgendwann Ja, gut, dann Crash mit Ihr habt keinen Tower Also, lange könnt ihr nicht farmen Kriegen nehmen wir deren Tower, dann kannst du farmen Der F ist da Ist er gewartet Gehört? Wo? Da Da Dauer, Dauer, Dauer Der ist grad zum Blue gegangen, der Lappen Pass auf ihn Jetzt! I got that Scheiße, Udi Kling mal in Top Tower Doch nicht Udi fehlt Er ist geslaut Nooil Die Udi ist oben Das Schild konnte deine Ult komplett blocken? Ey Tf ist runter gegangen, ne? Ganz? Ja Geht er dort Und ich kann mit pushen Udi ist da Ne, Udi-Boom Hötet die Muvos Ich weiß nicht warum der Nautil so behindert war aber ich nehme es gerne an Ich möchte deren Red Unser Blue ist ab Ja dann nimm du Ich hab nen Fage Das geht auch Hörte es kommt, lass ihn hier rein Scheißegal ey Also TF ist da, TF langsam brüch Oh Oh TF ist ganz hinten Hehehe Ich komme ne Nein Ich wollte grad sagen Keine Mana Ich brauche noch ein bisschen Farbe Kann ich mir Dauerslow 24-7 holen Dauerslow, ey pass auf oben Ja hab ich gesehen Ja wir sind Udi ja schon raus gehauen Ja lauf weiter Hörte es Hehehe Hehehe Oh Mann ey Oh Mann Ich find das super ey Klappt auch jedes Mal Ja Ja aber auch bei einem selber klappt das Also wenn dein Gegner Wukong ist Jaja das weiß man ja nie ne Ja Ich kann es eigentlich immer zweimal hintereinander machen Note kommt Mitte Hoho der Dodge Fünf Worts Jaja Warte ich push mal Mitte 1,3 Tag Speed Jaja Ah Bring the action Alter macht ja vor viel Schaden Damit hab ich jetzt nicht gerechnet Damit hab ich jetzt nicht gerechnet Ja An mir macht die vor viel Schaden Boah krasser Hook ey Hehehe 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 Oh shit jetzt hab ich ein Problem Ja Meister klappt jetzt? Klappt nicht Na Die zacken alles Ey Mann ey Ihr schmeißt das Ey Udi schmeißt das Ey krass Ist so übiger Ja normal Ähm Facke Ja Bleib mal noch weiter Dann push ich weiter Warum nicht ne? YOLO Ja push mit durch Komm durch euch wieder oder nicht? Ja Ob Udi ist top Tf hat keinen Flash Hat der geflasht oder was? Flasht dann Soll ich nach oben? Ich geh nach oben ne? Die gehen, die gehen schon zurück Also gehen lieber nach oben Tf hat eigentlich keine Ulti Guck wir haben deren Base und die haben gar nichts Die haben einen mit Tower Den äußersten auch noch Die machen wieder gerne Näh Geh mal hinten Näh 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 Guck Die machen erst viel Ah Oh hier ist Dingens Tarn, hilf mir Oh Ich komme, ich komme, ich komme Wer ist denn da? Ach so Komm, 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 komm Oh Mann Pack mal ein bisschen Ach die haben den Red gemacht Die haben den nach hinten gezogen Deshalb hab ich den nicht gesehen Ich dachte, der wäre weg Bin ich weggegangen Ja Du würdest offiziell in der Omen tanzen Nö Ey, dieses Portal Hehehe Wusch, top mal komplett durch Platt? Okay, ich nehme den Portal Ja, vielleicht nicht ganz komplett Ne, zu spät Bis zum Bis zum Nexus muss es noch nicht sein Wenn du es kannst, machst Okay Ohne zu sterben Hab ich alles 5 Wards im Gepäck, ja Müsste Hehehe Dragon muss gar nicht da ab sein oder nicht? Oder haben wir den gerade erst gemacht? Ich hab sehe viel noch nicht Hehehe Red Wards, Cygnets NMG 1749 Los Dragon is up Oh, he Ja Ja, wie du immer in die Tasten haust Ja, Udi halt, ne? Face rollen Face rollen Face rollen und dann gewinnen Was? Machst du auf, wenn du Tristana spielst? Was? Machst du auf, wenn du Tristana spielst? Nö, das ist dann die Maustaste Hehehe Ey, die sind da Mit der Maus klicke ich eh immer viel Die wollen den Dragon, lass weg Nein, die wollen mich haben Ja, zwei sind top Dann pushen wir die anderen Lanes Nein, die sind hier Nein, die sind hier Nein, die sind weg, ne? Halt die hin, Ezreal Oh Ach, der Turm ist ja noch da Ach, der ist nicht mehr da Ach, der ist nicht mehr da Hehehe Hab ich gar nicht gesehen Alter, wie viel Schaden macht denn der Äh, äh, fucking Twisted Fate Warum ist er so schnell? Oh, lol Was abhauen, ey Äh, Kate push Hey, auf Udi Komm Udi? Ich stun ihn, ich dive ihn Ja, du darfst ihn nicht mehr angegriffen Ey, Kate push, ne? Ah, geh ich zurück Und ausweichen Ach so, er ist so viel Hallo Hallo Ja, ich bin, sagt der Und ich werde angegriffen Voll Ja, du bist zu früh reingerannt Boah, Alter Das ist echt kacke Micha, mach mal was Hehehe Kommt rein Deswegen Chorias anmachen sollen Hab ich So, hehehe Hab's gut gemacht Hehehe Icewool ist ja schon da, hätte ich länger shoppen können So, ah, TF 15 Level Was hat der denn? Intrared Channel Hallo So, Blue ist ab Und wir müssen den Baron eben warden Groß ist meine Kann ich den Blue haben? Ich sag das meine Haar Du hast doch die Tränen, du hast doch genug, Mana Ja, ich verbrauch aber auch gar nicht genug, wenn ich das ausgebaut hab Mit jedem Schuss Ist soo So, drei sind in der Mitte Ich komm in der Mitte, ey, lass drauf, wir sind nur zu dritt Ja, wir sind zu viel Du hast doch eigentlich keinen Ulti, der hat alles weggeballert Der Mojo Warum bist du so schnell? Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Ihr Noobs Ihr Noobs Ihr Noobs Ihr seid solche Noobs Ihr seid solche Noobs! Ihr seid solche Noobs! Ihr seid solche Noobs! Peng! Jetzt können wir die aber diven hier. Die Lappen. Ja, das war's. Rombuscheln durch. Mach mal in mein Trial weiter, ne? Wir brauchen dich am Nexus Tower, komm! Ey! Warte, warte, warte! Wo? Ich komme! Den Nexus schaffen wir, glaube ich, alleine. Den auch noch. Ja, ich bin sehr cool. Gott! Vicky! Mach das! Nein! 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 Ja! Victory! Warte, warte, warte!